Hallo, ich bin der Adam. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Data Scientist bei DEFACTO. Mit meiner Expertise können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Projekt im besten Händen ist. Hallo, mein Name ist Adam. Ich bin 29 Jahre alt und bin Data Scientist bei DEFACTO. Mit meiner Expertise können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt in den besten Händen ist. Hallo, ich bin Adam. Ich bin 29 Jahre alt und bin Data Scientist bei DEFACTO. Mit meiner Expertise können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt im besten Händen ist. Hallo, mein Name ist Adam und bin 29 Jahre alt. Ich bin ein Data Scientist bei DEFACTO. Mit meiner Expertise können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt im besten Händen ist. Hallo, ich bin Adam. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Nach einem Kino kommt der Akadu an, aber ich bin ein paar Jahre alt. Das sind die fünf Sprachen, die ich fließend beherrsche. Aber die Sprache der Daten beherrsche ich am besten. Und nicht nur Sprachen lernen fühlt mir leicht. Auch Ihrem Projekt werde ich mit der gleichen Energie und Leidenschaft widmen. Zusammen können wir Großes bewirken. Die Basis meines Wissens zählt sich aus mehreren Teilen zusammen. Ein Teil ist mein Studium zum Diplom-Ingenieur für Mechatronik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Dazu kommt ein Masterstudium in Business Management an der Universität von Katalonien in Barcelona und eine Promotion in Data Science an der Technischen Universität von Eindhoven. Aus diesen drei Säulen baut sich mein Wissen und Erfahrung auf. Zusätzlich zu meiner intensiven Ausbildung kann ich einige Erfahrungen in verschiedenen Ländern und Branchen vorweisen. So habe ich beispielsweise in Deutschland, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Niemaraden gearbeitet. Außerdem habe ich Projekte in diversen Branchen gemeistert. Unter anderem in Bankwesen, Retail und Hightech-Industrie. Sie sehen also, internationales und multidisziplinärs Arbeiten ist eine große Stärke von mir. Nun, wissen Sie, wer ich bin und was ich mitbringe. Ich würde mich freuen, mich Ihrem Projekt anzuschließen und zusammen zum Erfolg zu führen. Wenn Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können, wissen Sie, wo Sie mich finden. Bei de facto. zu nutzen. Jeju. Untertitelung des ZDF, 2020